Gute Aussichten erwarten uns beim Blick auf das Wetter an diesem verlängerten Wochenende. Was sonst so los ist, jetzt in Brisant. Erschreckende Bilder kommen aus Puttgarten auf Rügen. Sie zeigen die Folgen einer heftigen Explosion. Heute Morgen ist dort ein leer stehendes Ferienhaus explodiert. Dabei wurden weitere Häuser in Brand gesteckt. Was dabei kaum zu glauben ist, es wurde niemand verletzt. Aber der Schock der Anwohnerinnen und Anwohner und auch der der Einsatzkräfte sitzt tief. Puh, Panik im Flugzeug. Ein Passagier öffnet im Landeanflug die Notausgangstür. Wie konnte sowas passieren? Dazu gleich. Ja, großer Polizeieinsatz, Personenschützer, Wagenkolonnen. Alles wird ja streng kontrolliert und koordiniert und findet nur unter sehr hohen Sicherheitsvorkehrungen statt. Wenn Regierungschef zum Beispiel Olaf Scholz reisen. Nur was war da los? Ein Mann konnte dem Bundeskanzler so nah kommen wie nie und ihn sogar umarmen. Wie kann ein solcher Fehler bei so strengen Sicherheitsvorkehrungen und einer riesen Entourage passieren? Der Kontergan-Fall war einer der größten Arzneimittelskandale in der Geschichte der Bundesrepublik. Es sind ca. 2400 Menschen mit Kontergan-Schäden, die heute noch in Deutschland leben. Petra Wassmann ist eine von ihnen, aber nicht offiziell. Sie wird nämlich gar nicht gezählt. Denn die Kontergan-Stiftung, die lehnt die meisten Anträge auf Anerkennung und damit auch auf die Entschädigung ab. Zu einem ganz anderen Thema kommen wir jetzt unschwer zu erkennen. Diese niedlichen Vögel gehören zur Familie der Papageien und leben im Rheinland, in Scharen. Und sie lassen sich gerne in Hauswänden nieder. Es sieht wirklich auch sehr niedlich aus, wie sie da rausgucken. Aber für die Tiere ist es nicht immer ungefährlich. Pinkelbell, so nennt sie sich in den sozialen Medien. Sie will auf ein Thema aufmerksam machen, welches sonst eher nicht so angesprochen wird, weil peinlich. Birgit Buller hat eine Krankheit, die oft ja noch als tabu gilt. Sie leidet unter einer Reizblase. Bedeutet, sie muss in ihrem Alltag ständig öffentliche Toiletten auf dem Schirm haben, wenn sie denn überhaupt mal draußen unterwegs ist. Und natürlich schauen wir heute nach Heidelberg. Denn dort hat sich Royaler Besuch angekündigt, in Cannes angesagt. 21 Filme konkurrieren beim Filmfestival um die Goldene Palme. Ja, aber bevor die Preisverleihung an der französischen Riviera ansteht, wurde zur Amp-AR-Gala gerufen und sie waren dabei. Heidi Klum und Queen Nativa. Und es ging natürlich auch um den Tod der Königin des Rock'n'Roll, Tina Turner. Der weiß auf jeden Fall, wie man es heutzutage als Künstler anstellt. Vincent Groß ist ein Schlagersänger aus der Schweiz, der sein eigenes Label gegründet hat. Und er nimmt Songs von zum Beispiel Miley Cyrus und den Backstreet Boys und bastelt daraus so seine ganz eigene Schlager-Version und hat damit bei TikTok richtig Erfolg. Aber schreibt und produziert auch seine eigenen Songs. Wir haben das Musik-Multitalent auf Mallorca getroffen. Wenn du nicht das Höschen heruntergezogen bekommen willst, dann werde kein Model. Geh ins Coaster, da ist immer ein Platz für dich frei. Auch solche Aussagen kamen von ihm. Karl Lagerfeld. Das war seine Meinung zur MeToo-Bewegung. Er ist mit seinen Äußerungen ziemlich weit gegangen und erntete dafür auch jede Menge Kritik. Er polarisierte in der Öffentlichkeit. Ja, einen ganz privaten Eindruck von ihm hatte dagegen Marietta Andrea, eine langjährige Freundin und Mitarbeiterin. Sie hat jetzt ein Buch über ihn rausgebracht und teilt darin Anekdoten ihrer Freundschaft und auch unveröffentlichte Fotos von Karl Lagerfeld. Besondere Ehre jetzt für Tom Hengs, unsere Prominius. Er möchte gar nicht raus in die Öffentlichkeit und auch nicht über rote Teppiche spazieren, sagt er. TV-Star Günther Maria Hallmer ist Anfang des Jahres 80 Jahre alt geworden und lebt am liebsten auf dem Land und genießt dort seine Zeit in seinem kleinen Obstgarten. und er hat sich aber zum Interview zu seinem neuen Film trotzdem gerne mit uns getroffen und mit uns geredet über seine Erfahrungen am Set von Mein Vater, der Esel und ich. Das können Sie also gucken heute Abend bei uns im 1.20.15 Uhr und wir begrüßen Sie hier morgen wieder. Gleiche Stelle, gleiche Welle, nur andere Uhrzeit und zwar um 17 Uhr. So, kommen Sie jetzt gut in dieses schöne verlängerte Wochenende. Ich freue mich, wenn Sie morgen wieder einschalten, auch im Namen des gesamten Teams. Bis dahin, tschüss.